Sollte hier taglöcherweise nicht durchkommen durch den Spaß Das hier ist gerade auch schon wieder so ein schöner Krampf Um es mal so zu formulieren Kann ich eigentlich, ja ich denke ich sollte Wie viel kostet der ein? Oh sehr schön Von dem möchte ich mehr haben Oh In Eurifer In Wedge Talk Ach Ich glaube ich habe das Problem herausgefunden Ich habe so die Vermutung dass da irgendwie keine Ja In Ege Taiyu Eurifer Taiyu Ach Eurifer Ach 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 Eurifer Ach In Wedge Hätte ich mit dir baue ich hier mal einen Hafen Hätte ich mit dir baue ich hier mal einen Hafen Gere Gereg In Eto Bayer Greg Bayer In Eto Taiyu Und Seht Sie hat Riesen Schildkrätten geschickt Um Kemsis Insel zu verteidigen Cyp Mh Wauw 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 Die Schildkritte scheinen stärker zu sein als die Ja, schön. Gary. Hm. Die werden da noch immer ein bisschen gejagt von meinen. Das ist schon mal sehr gut. Äh ... Ah! Bring. Inito. Hinge. Gereg. In ... Inti. Ine Gerek. Ihre Pferd. Die haben da oben schon mal Spaß. Das finde ich schön. Inti. Kind. So, endlich mal. Drei. Gereg. Ist das das letzte Ding, was mir ... Gereg. Gereg. Okay, dann ist die ... Dann ist eigentlich die Frage, wo ... ... Ine Gerek. Drei. ... Drei. 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 Ine Gerek. doch habe ich jetzt alle ich gehe dann darüber dann brauche ich hier oben noch ein hafen dann fange ich da oben mal an die hafen anzugreifen oder die hefen die 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 Gehrig 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 Oh, der kriegt Elefant Kicks Elefant sehr gut Muss ich unbedingt auf Muss ich unbedingt aufrichten, der tankt hier so viel Oh, warte mal kurz. Ich kann sogar jetzt wieder. So, äh, ja, gut. Mit dir brauche ich dann hier nochmal... Kind. Das ist aber sehr gut, dass die da schon mal ein bisschen Spaß machen da unten. Das war da ein bisschen unangenehmer, aber... Aber nicht desto trotz, würde ich sagen, kümmere ich mich hier mal weiter um. Gary! Hm. Inage Direct. Kid. Grigg? Kid? Brr, brr. Brr, brr. Brr, brr. Inage. Yeah... Manche Fruitsch, ist der back. Okay, das reicht aber von der Reichweite, sehr schön zu wissen. Das sind die, gut. Mit euch, schau euch damit, oh ja. Uff, ey, die sind aber doch... Wir sollten die Insel erkunden, bevor wir unseren Brückenkopf am Strand errichten. Das ist auch schon mal gut, was da gerade passiert. Schön, wie der da einfach... Garig... Into you. Oww... Grrr... 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 So, okay. So, dann schupper ich mal dorthin. Ziel ist gerade einfach nur hier. So, dann schupper ich 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 hier. Okay, da. So, dann schupper ich hier. 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 Geroen. Das sieht doch sehr, sehr gut Schneider aus. Geroen. Seitdem wir hoffentlich hier ordentlich was fassen, das Ganze. Da hab ich zumindest ein paar Produktionsstätten von ihnen schonmal... ...und Lichte gemacht. So. Okay, halt. Alles, was da vorne ist, kann ich auch schonmal angreifen. Okay, eine der Schrecklichen ist tot dafür. Oh Gott. 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 So, die sollten dann doch da... Sehr schön... Oh ja, das war... Auch sehr gut gerade hier... Oh ja, das war... Ich bin halt die ganze Zeit... Mit meinem Bevölkerungslimit echt da... So, ein Hafen ist dann noch... Sehr schön... Schnell dazwischen gehen... Oh, fuck it... Oh... 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 Okay... Oh... Ja, sehr schön... Einmal übrigens noch zerstört bekommen... Ein Tear... Oh... Shit... Ein Witch... So... So... Aber dann sollte ich doch... Denke ich alle Hilfen von ihm jetzt down haben... Oh... So, ja, einmal den. So, dann würde ich nämlich einfach hier unten gleich landen. Sorry, aber euch. Euch brauche ich nicht mehr. Ja, bin ich tatsächlich. Aber schön, dass der nachfragt. Gehre. Ein Wench. Ich bin etwas irritiert, weil ich war eigentlich der Meinung, dass da kein Hafen mehr haben dürfte, aber naja, lässt sich wahrscheinlich einfach mit KI erklären. Ein Wedge. Ich bin ein Wedge. Okay, da kommt. Ja, sehr gut. Ein Wedge. Hi. Einfach mal hier als allererstes mal eine Festung hier bauen. Wo ist Amandra? Ehrlich? Wo ist meine Amandra? Äh. Wo ist meine Heldin? Bei dem muss ich hier auch irgendjemand rübersetzen? Geh recht. Bei denen ist sie nicht dabei schonmal. Bei denen ist sie nicht dabei schonmal. Aber das ist jetzt ja auch schon. Wozu hängt da finde ich jetzt meine Heldin wieder? Ich bin ein Wedge. Ich bin ein Wedge. Ich bin ein Wedge. So. So. Dann einmal noch die Bedeihungswerkstatt bauen. Und dann durch die Flanen wieder ein Tempel bauen. Und dann durch die Flanen wieder ein Bedeihungswerkstatt bauen. Ah! Oh, dear fuck. M-M-M-E-F. Ah! Ah! In Wedge. Irrefer. You need to. Kids. Go. In you. Into you. Uh-huh. Uff, ey, das ist aber... ... 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 dann... Hey, vielleicht habe ich hier noch einen Börsland anbauen. In Wedge 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 In Wedge